Keine Ahnung, nehmen wir den Mangold Mangler. Keine von den Pflanzen können wir wirklich gebrauchen. Los geht's. Die Sonnenblumen ist auch sehr praktisch hier. Die gibt uns zu Beginn noch ein paar Sonnen. Und das ist äußerst praktisch. Erstmal hier. Dann hier. Dann hier. Das war's für heute. So. Sehr viel Sonnen, sehr praktisch. Nicht gut. Auch gar nicht gut. Ich bin gerade wieder ein bisschen... Mist, Mist, Mist. Hier unten sind es noch nur zwei, ansonsten passt es überall. So, machen wir vier draus. Hier vier und dann haben wir jetzt auch überall vier. Dann machen wir jetzt fünf. Nicht gut. Gar nicht gut. So, hier haben wir alles. Mach mir eine zweite Reihe. Oh, man. Oh, man. Ich hätte hier in der Reihe wahnsinnig gerne Pflanzen gegen... Äh, Feuerpflanzen. Erbsenkanone oder sowas. Also die Feuererbsenkanone. Wahnsinnig gerne. Und weg damit. Da wird's hin geschafft. Der Endurian. Der Endurian. Den nehm ich mir mit. Der wäre... Oh, nein. Gegen den da... Gehen wir mit tatsächlich den Urzeilwalnuss lieber? Los geht's. Einen Dublinator kriegen wir. Sehr schön. So, problematisch mit der hier. Sogar sehr. Sogar. Hat er da jetzt einfach die Ball ausgefressen? Das ging durch, sehr schön. Das ist schon wieder was gefressen. Nicht gut. Das ist auch nicht so gut. Ich war ein bisschen zu langsam. Naja. Toll. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, diese ewige Kälte. Ich hätte gerne eine Feierpflanze. Das ist der Puls. Oder die... Na? Das ist der Puls. Oder... Wie heißt das nochmal? Ähm... Feuerabste-Kanonen. Das könnte ich wahnsinnig kehren. Nicht sehr gut. Gar nicht gut. Oh nein. Das wird immer schlimmer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 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 So, weck der Dir. Nice. Was. Nicht sehr schön. Das ist gerade überhaupt nicht gut. Welch ein Glück. Alle drauf einstreichen. Okay, den können wir lassen. Wir machen mal den hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, nein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Genau. Oh man. Schaffst du den noch? Schaffst du den noch? Er schafft ihn nicht mehr. Ich glaube das war's. Ja das war's. Dieses Eis macht mich so schwach. Aber auch nur die Feuerpflanze. Der kommt schon. Nächstes Level. Oh die Tandense ist super. Aber hilft uns leider trotzdem nicht weiter gegen unser kleines Problem mit der Kälte. So dann geht das weiter so. So und wo ist das andere? Da. Irgendwas fehlt jetzt. Ach genau. Das ist leider falsch. Die werden wir nachher abreißen. Das ist ein net. Zum Glück gerade noch rechtzeitig. Es war schon wieder Eis in Kombination mit Wieseln. Das gibt's doch nicht. Diese blöden Wieseln. Aber sind die da jetzt einfach zu durch? Ich glaube über die Eischollen drüber. Oh Mann. Oh Mann. Verdammt. Und da wurde schon wieder was gefressen. Oh Mann, 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 Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Nicht gerade sehr gut. Geschafft. Ach nee, nicht schon wieder. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Nein, 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 nein. Verdammt. Nein, sie sind durch. Oh, da oben ist schon wieder alles eingefroren. Diese verdammte Kälte. Ich muss noch warten. Aber das sind die letzten. Jetzt. Nicht gut, gar nicht gut. Ach, die Schaft. Wir haben nur noch ein Rasenmäher. Kein Spezialdünger mehr. Das ist scheiße. So wird das nichts. Wir brauchen jetzt eine Feuerpflanze. Unser größeres Problem ist die Feuerpflanze. Wieder keine. Das gibt es doch nicht. Wir kriegen einfach keine Feuerpflanze. Was soll man da mal nur machen? Wenigstens kommt jetzt keine Giganturme. Ich glaube, jetzt kommt wieder ein einfaches Level. Da könnten wir wieder ein bisschen aufholen. Vielleicht ein bisschen. Ein Rasenmäher nur noch, Leute. Wegen dem blöden Eis und diesen scheiß Wieseln. Wir bräuchten eine Feuerpflanze, dann wäre das Eis kein Problem mehr. Dann würden die Wieseln auch nicht dauernd durch das Eis, also durch unsere Pflanzen durchrennen, weil sie eingefroren sind. Oh, Mann. Und dieser... Es ist immer noch keine Musik da. Ich glaube, die fehlt schon die ganze Zeit. Oder vielleicht war sie zwischendurch mal... Oh, nein. Das muss jetzt sein. Ansonsten sind wir ein massives Pech gehabt. Ansonsten sind wir vermutlich verloren. Wir können auch... Hätte ich das auch so machen können, aber naja. Du bist nicht gut. Das ist erst recht nicht gut. Mist, Mist, Mist. Nein, sie rennen hier durch. Ohne Feuerpflanze ist es kaum zu schaffen. Au! Ist das laut. Scheiß Werbung. Die regt mich auch so auf. Jetzt müssen wir wieder 15 Mal oder 12 Mal Werbung erdulden. Ich höre jetzt auf und ich hoffe, bis zum nächsten Mal kommt ein Patch, der die Werbung wieder entfernt, weil das ist einfach nur Scheiße. Da macht das Spiel... Ich hatte gerade Werbung. Was soll der Scheiß? Scheiß Werbung. Macht überhaupt gar keinen Spaß mehr. Mann, und ich hätte noch so viel. Oh Mann, hätte ich nur noch nicht bei einem Wilden Westen so oft verloren. Ich glaube, wir waren drei Wochen beim Wilden Westen. Ich glaube, das waren vier Aufnahmen. Drei oder vier Aufnahmen. Da hätten wir jetzt eins, zwei, drei, vier Aufnahmen. Wir hätten jetzt bei Mittler, oder vielleicht sogar bei Neon Mix Tap schon sein können. Wir hätten jetzt fast durch, aber nein. Ich habe langsam echt keine Lust mehr auf das Display, Leute. Ich sage es euch ganz ehrlich. Also Hauptgrund ist die Werbung. Nach jedem Level Werbung. Das gibt es nicht. Das kann doch echt nicht sein. Einen 10 Grad möchte ich noch schnell. Ich hätte nie updaten dürfen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht abgedatet. Dann hätte ich das Spiel nicht aktualisiert. Zumindest nicht selbst. Vielleicht hätte mein Emulator das selbst mal aktualisiert. Das hätte sein können, aber ich hätte es nicht getan. Wenn ich das gewusst hätte, nein, danke. Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute.